Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei dem wunderbaren Ereignis Totoba Arena. Wir sind hier am Start, ihr habt das Ganze wieder mitbekommen. Es kommt auch ein Video auf meinem Hauptkanal, guckt es euch an. Oder auch bei den beiden auf dem Hauptkanal, wie bei Maxim und Max. Und wir haben uns aufgeteilt, wir haben eine exzellente Strategie. Max vorne, mit Schwertern, dahinter quasi Maxim mit Fandakum. Alter, der ballert mir nur in den Rücken, ich sag's dir. Alter, ich sag's dir, Friendly Fire ist activated, ne? Ich werde für euch versuchen, links um, links um, links um, links um. Maxim, ja! Almost. Ist okay, ist okay. Ich glaub, ich geh aber auf die 3, ich geh auf die 3, ich geh auf die 3. Maxim, editierst du das? Ich mach das, ja. Äh, äh, Johnny, edit... Das hier ist Uncut, aber ich editiere für meinen Hauptkanal. Gut. Ich werd auch schneiden, ja. Das heißt, wir können gleich nochmal besprechen, wie wir die Facecams machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Rechts unten neben der Minimap? Ja, bitte. Zwischen Hard und Minimap. Ja, Kopf, Ende, oberer Rand, so hoch wie die Minimap. Kopf, Ende, oberer Rand, so, ja. Na, ja, ich überleg, kann er vielleicht... Ja, doch, mach ich. Okay. Okay, ihr seid also alles... Also, bitte in Position gehen, wir müssen hier die rechte Seite rausholen. Ich geh sofort in den Wald. Ich kann euch pingen. Ich kann hier auch malen. Guck mal, warte, ich male es hier auf der Minimap. Siehst du das? Ne. Malen? Da willst du wirklich hin? Da, seht ihr die Minimap? Warte mal, ich muss jetzt erstmal zu Maxim. Boah, ich kann nicht weiter raus. Seht ihr die Minimap? Oh, Max, da sind schon welche. Wie hoch ist meine Range? Maxim, komm nach rechts. Du siehst deine, du siehst deine Range. Du bist oben auf den Klippen? Ne, ich komm zu dir. Ach da, ja, 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 ja. Okay, okay, ich geh in den Wald und ich bin quasi der Stoßtrupp. Wald und sowas verdeckt Sicht, ne? Oh, die Reiter versuchen oben aufs Peugeot zu kommen. Seht ihr die? Okay, na, dann müssen wir aber zurückgehen, oder? Ich kann euch hier wieder pingen. Ne, ne, wenn die uns umrunden, du musst einfach nur mit deinen... Maxim, komm jetzt ran! Wer ist denn das hier, Aegis? Der hat die Bogenschütze völlig falsch positioniert. Maxim, du musst jetzt... Alter, du könntest schon da sein und schießen. Aber... Schießen! Max, ich komm, ich komm, ich bin direkt hinter dir. Aber hier ist auch ein Problem, ne? Alter, ich muss hier so ein Typen... Der schießt mit den Bogenschütze und kippt die Position preis. Ich krieg, ich krieg mittelschweren Herzinfarkt. Warte, hier, rechts... Alter, wir verlieren unsere Bogenschütze hier. Der ist retarded. Ich muss da jetzt rein. Oh, Mann! Aegis, du Idiot! Maxim, jetzt gibt's gar... Dein einer Truppe bewegt sich nicht. Jetzt müssen wir nicht schlafen. Doch, 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 der chillt doch nur. Scheiße, ich bin da, ich bin da. Aber ist die da nicht? Ich verliere auch gerade komplett die Moral. Zurück, zurück, zurück. Alter, meine Einheit flieht schon. Das ist hier... Aegis! Was machen wir denn da oben? Da oben? Die haben die übelste Todesfestung. Ja, da oben geht einfach... Jungs, kommt zurück hier in den Wald. Warte, warte, das hier oben nehmen wir jetzt mal ein, ja. Nein, Junge, da oben! Alter, wo ist er? Ich stelle da einfach alles zu. Leute, ihr macht hier noch gar nichts. Wir brauchen euch. Oh, ha, ha, bleib. Ei, 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 ei. Schießt das doch, Mann! Ich drücke schon. Da ist schon ein Rechtsklick drauf. Fähigkeiten! Ihr habt keine Range. Okay, Jungs, ich umrunde die. Ich umrunde die. Ich kümmere mich um die Archer. Ich kümmere mich um die Archer. Aber ihr müsst weiter vorrücken. Vier Uhr wird zurückgeschossen. Oh, der hat irgendeine Fähigkeit angemacht. Stell dich mal da hin, Junge. Weiter vorrücken, Jungs. Ich werfe die jetzt mit Sperren komplett ab, okay? Weiter vorrücken, Jungs. Sperr mal die zu. Ich komme an die Bogenschütze ran. Ich komme von hinten an die Bogenschützen. Maxim, du gehst in den Nahkampf! Ja, das ist meine Sperre, Junge. Achtung, Sperrkämpfer, okay. Ich habe die Bogenschütze platzt da. Jetzt kommt nach vorne, hier sind Schwerter. Die muss irgendwer wegmachen. Ich mache da F. Ja. Boah, boah! Alter, Deckard Friendly Fire. Egal. Okay, ich gehe wieder raus. Ich gehe raus. Das ist gar nicht gut, Maxim. Achtung, von hinten, von hinten, von hinten. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich bin jetzt drin. Nee, ich muss Maxim helfen, ich muss Maxim helfen hier. Ich kümmer mich um die Pferde. Okay, ich gehe hier an den Rand. Okay, ich gehe zurück. Nee, ich block die oben. Alter, du schießt auf mich, Maxim! Nein! Ach so, jetzt ja. Ich verliere so viel Moral da durch, Junge. Was sollen die denken? Nee, ich schieße in den roten Haufen rein. Ja, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Oh, Epiker, Johnny Scarlet, Nijat! Oh, fuck, unsere Base. Unsere Base! Wer ist denn Argus? Der, 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 der muss schützt sich die ganze Zeit. Der ist ein kleiner Junge, sag ich dir. Jungs, unsere Base. Was denn für eine Base? Wir haben eine Base. Ja, die halten wir doch gerade einwandfrei. Nee, unsere Base ist hier hinten. Oh. Da. Ja, wir halten ja unsere Flanke. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich weiß auch nicht. Alter, die kommen auch von der Seite. Ja, mir reicht. Ich schieße aus dem Wand. Okay, Jungs, ich muss euch verlassen. Ich geh jetzt, ich geh jetzt, ich renne hier zurück in die Base. Ei. Also, ich hab nur noch drei Bogenschichten oder so. Okay, also. Aber die sind alle in dem fucking Wald. Aber die Sperren, die Sperren müssen sich jetzt mal auch zurückziehen. Aber wenn die den Hügel haben, ist es quasi over, oder? Ja, hier ist eh over. Nee, das läuft immer noch. Ich hab jetzt hier gerade schon wieder welche weggeholt. Wir können das noch holen. Wir müssen jetzt nur klug spielen. Raffiniert, zurückziehen. Ich bin komplett einge... Also, ich zieh mich zurück. Ich versuch wegzukommen. Das ist gut, das ist gut. Aber das sieht nicht gut aus. Okay, wir können in die gegnerische Basis Backdown versuchen, wenn ihr Bock habt. Okay. Wisst ihr, wo die ist? Da ganz hinten. Nee, Backdown. Oh, Maxim hängt mit... Ja, Maxim, opfer mal deine Sperrkämpfer. So ist gut. Ich soll die opfern? Ja, ja, die bleiben einfach da. Ja, ja, die können... Ja, die haben gerade eben keinen Bock. Nee, ich glaube, ich bin Repp. Shit. Ich glaube, ich bin Repp. Also, mit ein bisschen... Hier kann ich mich nicht, ne? Nee. Aber das sind auch so viele Schwerte. Ich kann dir da echt nicht helfen, selbst wenn ich da jetzt noch hinkomme. Schwerte sind halt... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kein Freund von mir. Okay, der Argus ist auch FK, wobei... Ja, der war die ganze Zeit afkaufen mit seinem Bogenschützen. Alter, ich musste... Der war eben weit im Bogenschützen, als ich gecampt habe. Und auf einmal schießt er raus mit dem Bogenschützen. Da war ich richtig Repp. Aber ich kann hier weiter... Okay, aber ich glaube, das ist over, oder? Also, ich kite jetzt so gut ich kann. Ja, vor allem unsere linke Flanke, da ist ja gar nichts mehr. Aber ich kann... Also, ich gehe zurück zur Base. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit dabei, die... Oh, die Reiter. Okay, hier kommen Reiter. Haben wir noch schwer. Die kommen mir voll in die Fresse, glaube ich. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Also, ich habe hier jetzt gerade nochmal ordentlich Bogenschützen, der Feind abgeholt. Aber ich kann vielleicht einfach gegen sprinten. Oh, das war's. Ich kann nicht aus dem Wald raus dort. Da kommen die Fährte of Doom. Also, deren Base ist frei. Jungs. Ich glaube, ich backdoor dort einfach. Aber die Fährte ist nochmal low. Ne, da ist doch schon einer. Ja, aber desto mehr Leute drin sind, desto schneller kriegt man die Base. Aber wir haben noch gut Truppen in unserer Base. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, wir können das gewinnen. Ich bin auch... Also, ich habe jetzt hier gerade, glaube ich, die fünfte Wugenschutzeinheit einfach abgeholt, weil die gar nicht mehr däffen. Also, hier, die Sperrkämpfer sind hier komplett... Okay, ich bin komplett tot. Okay, aber das ist ja nicht schlimm. Du warst ja quasi eh nur ein Bauernopfer. Sind wir ehrlich. Ne, also, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die echt schneller waren und nur einfach mehr sind. Ja, also, das kann sein, dass... Auf unserer Seite waren die... Ne, die haben das doch schlauer gemacht. Ja, ich glaube... Die haben sich da gut positioniert, gut gegroupt. Ja, ich glaube, da haben die noch taktische Vorteile gehabt. So, soll ich zurückkommen oder versuche ich, deren Base zu nehmen? Ich glaube... Oh, shit, da kommt einiges. Max, wie kann man weiter rauszoomen? Du hast es gemacht, hast du gesagt. Ja, du musst in Steuerung klassische Sicht quasi haben. Ich hole jetzt einfach alles ab, was auf dem Weg ist, deren Base wieder zu verteidigen. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Wie konntest du jetzt raus mit dem Mausrad oder? Was macht denn der Stalker? Ich habe jetzt nur einen halben Meter gut gemacht. Komm, da können wir nochmal reinstürmen hier. Mach den platt, den Jungen! Ja, was ist da denn los? Oh, nee, jetzt sind da hinten noch welche. Oh, shit. Der ist hier irgendwo da hinten raus. Ich wette, der will umrunden. Das ist aber echt viele Reiter. Ja, ich habe echt noch richtig viele Truppen auch. Also ich kann hier auf jeden Fall die Schlacht noch holen, aber... Also hier hinten ist halt... Ich weiß nicht. Erobern wir deren Base? Ja, aber das Problem ist halt, dass hier ein Reitertrupp der Feinde ist, der halt immer wieder Hit-and-Run spielt. Und wenn du einen hittest, der gerade die Basis einnimmt, dann ist halt wieder Land unter. Aber wir halten hier gut ab. Ja? Weil ich kann das... Ja. Ist hier das denken wir gerade nicht? Eventuell ist das hier der Vektor des Todes, Junge. Oh, da hinten ist er. Aber das geht aber so langsam, holy shit. Einnahme der Base ist einfach 20 Jahre. Ja, aber desto mehr Truppen, desto besser. Ich habe jetzt die Scheiße von denen hier gefunden. Jagd sie! Oh, in zwei Sekunden habe ich wieder er. Reiter! Alter, Rohan. Alter, ich reingedönert. Reingedönert. Kommt schon. Da kommt er hinter dir als einer, ne? Was? Achso, Max lebt auch immer noch? Ja, ja, ja. Ich def hier, ich def. Das ist gut. Oh, shit. Nee, die haben hier nochmal... In ihrer Base sind jetzt deutlich mehr Truppen als davor. Holy shit, okay. Ich level Max ist jetzt auch gleich tot. Ja, ja, ja. Obwohl, er ist drei gegen einen, aber meine Truppen sind... Obwohl, zwei gegen einen, einer ist geflohen. Das ist super low. Oh, ich komme in die Flanke. Ich komme in die Flanke. Nee, da hat sie umgedreht. Aber das zählt noch als Flanke. Das zählt nur noch als Flanke. Kommt schon, Spiel. Okay, soll ich zurück? Soll ich zurück? Also hier vorne gewinnen wir nicht. Ja, dann kommt zurück. Okay. Also ich glaube, Reiterei ist halt tausendmal Garo. Du bist halt so unfassbar mobil. Holy shit. Ja, die fliehen. Ja, ich habe zwei Reiter noch weggemacht. Das ist gut, das ist gut. Ich komme jetzt wieder zurück in die Base, okay? Haben wir hinten genug Truppen dafür? Ja, 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 ja. Komm einfach. Hier, die sind alle low. Hier ist nur ein Trupp. Aber die haben immer so einen Samurai-Trupp. Der ist noch voll, ne? Junge, der heißt Samurai. Ja, aber das ist ein Samurai-Trupp. Die sind alle ultra low. Die kannst du alle abfahren. Okay, ich komme. Und der einzige Trupp, der nicht low ist, ist ein Bogenschützen-Trupp. Okay, okay. Das ist easy. Okay, wie viele Speere sind da? Viele, ne? Ne, Schwerter, Schwerter. Nein, nein. Ah, ich sollte aber am besten von links kommen, ne? Sehe ich gerade. Okay, aber ich komme jetzt von rechts. Das hilft jetzt alles nichts. Ich glaube, die kannst du wegmachen. Oh, der schießt dir jetzt gut rein. Okay, komm. In Bewegung bleiben! Ich habe da immer noch ein gutes Gefühl, Jungs. Der Stalker, der macht hier noch gut Damage. Die sind halt alle low. Ich weiß ja nur nicht, ob ich die kriege alle. Super low alle. Dann kannst du mit einmal über alle drüber reiten, so. Also nur dieser Bogenschützen-Typ ist halt noch übel HP-mäßig. Aber den Bogenschützen kann ich halt uns der wegnehmen. Wenn du den erwischt, den Samurai-Boy, dann ist, dann... Ja, ich werde den auf jeden Fall kriegen. Den kannst du es, glaube ich, von rechts oder von hinten oder von links. Ich komme, ich muss ich... Der sieht dich ja auch nicht. Ne, noch nicht, aber der sieht mich jetzt gleich. Alter, du nackst dir jetzt voll und drüber. Ach, boah, das wird spannend, Jungs. Aber du musst dich auch sammeln. Ja, ja. Aber die reiten immer in so einer Scheiß-Formation. Ach, scheiß, jetzt. Ah, einfach rüber, einfach rüber. Mach rein da. Rein da! Zack, 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 zack. Ah, du hast die verfehlt. Oh, knapp vorbei. Ah, jei, jei. Alter, der Chartergriff hat aber jedenfalls sehr flankwäßig. Der ging ein bisschen daneben, jo. Der ist perfekt gedodged, alles. Aber das müssen die eigentlich besiegen, oder? Naja, ich glaube nicht. Naja, das ist... Hey, du hast so viele davon. Ja, aber das ist super viel Flankierung und so. Die Bogenschützen haben doch jetzt nur ein Messer in der Hand, oder? Die müssen doch jetzt mal. Aber das sieht gut aus, Jungs. Das sieht echt ganz gut aus. Vor allem der Stalker ist ja auch noch da. Ja, die fliehen. Ja, 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 die einen Bogenschützen haben schon. Die haben einfach nur eine AP, jeder. Das ist halt so dumm. Okay, das... Ja, aber irgendwie sind es halt trotzdem immer noch 10 Millionen. Aber die Bogenschützen... Pass auf, die verlieren jetzt die Moral komplett. Ja, die Bogenschützen habe ich gleich. Aber die einen kommen wieder. Nein, die steigen wieder. Nee! Nee, nicht steigen! Moral? Woher? Hä, linke Flanke? Woher? Okay, können wir nochmal resetten? Wir resetten nochmal. Ja gut, dann nutzt du die jetzt. Du musst damit einmal durch. Ja, hast du noch viele Fähigkeiten? Ja, ja, ich komme nochmal rein. So, Leute, jetzt macht mich stolz. Für Spandau! Ja! Wieder gedeutscht! Man, du musst auf den großen Trupp gehen! Das ist nicht möglich hier, Max! Du willst immer Reste ficken, aber ist der Haupttrupp die Schlimme! Ach, die sind alle so low! Warum sterben die nicht? So, jetzt! Jetzt endlich! Also, seit der Ilki dauert. Ich schicke nur einen Trupp da noch auf den Samplein. Ja, das probiere ich, das will nicht! Max, ich bin ja nervös! Oh, nee, jetzt, jetzt gut. Aber irgendwo müssen ja noch Truppen vom Gegner sein. Ja, ja, in seiner... Also, die hat noch eine richtige kleine Schwertkavallerie hier. Okay, der stirbt doch wohl jetzt mal, oder? Oh, nee, du musst dich beeilen. Oh, nee. Dargolador kommt! Nein! Oh, lol, da kommt einiges. Oh, fuck! Du musst den Natzen, dann noch mal sammeln, vielleicht noch ein paar Pferde irgendwo klauen. Vielleicht können die neue... Okay, raus, raus! Wie mache ich das? Also, wenn man die Lebensbalken mal ausklammert... Alter, wir haben noch 14 Einheiten laut oben links. Wenn man die Lebensbalken mal ausklammert, sieht sogar nach einer guten Truppe aus. Ey, wenn ihr es aber von hinten nutzt. Ja, ich muss die jetzt irgendwie umrunden. Der dreht sich instant um. Boah! Ich muss nur die Trupps aufteilen. Okay, ja, das kann ich machen. Das ist zockert noch zwei Leute, Alter. Die zwei Dudes, stell dir mal nur da. Du kannst es nicht einnehmen. Stille, ich bin zwei. Überall Leichenberge. Und er sagt... Das können wir noch Deffen. Und das ist aber noch einer. Nee, kill den hinter dir. Das ist noch hier... Ähm... Nee, da kann ich nicht. Da kann ich noch nicht. Ah, der, der, der hat surrounded dich. Ja, der deckst du, weil ich hier grad probiere. Ich versuchte zu laufen. Die gleichwirft der Spiegel. Oh, der charged. Das war knapp. Aber gedodged. Easy dodge. So, jetzt macht den Low Bob da weg. Guck mal, die zwei Leute kämpfen gegen 100. Gegen 150. So, jetzt. Ja, ich muss da rein, Jungs. Ja, du nutzt den ersten von hinten. Oh, schönes Ding, Harry. Nee, ich muss hier nochmal raus. Ich muss nochmal raus. Ich muss nochmal raus. Ja, das war kacke. Wie machen wir denn? 1,30 Uhr. Ich hab noch nie gesehen, bei 15 Minuten Zeit, wer noch mehr Einheiten hat. Und das bin nicht ich. Nee, nee, nee. Ich glaub, das ist also... Also, wir haben halt irritierend lange durchgehalten. Ja. Aber jetzt müssen wir auch was wir machen. Wir nehmen einfach alle Reiter. Ich weiß noch nicht. Soll ich da nochmal... Kann ich da nochmal... Die Bogenschütze sind ja extrem scheiße. Ja, du musst, sonst ist... Also, machst du jetzt den League 420 Surrender oder was? Ich versuche hier nochmal ein Wickel zu finden. Du musst ja in der glorrechten Schlacht untergehen, Junge. Schnapp dir noch den, dass das Einbruch ist. Jetzt, 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 jetzt. Ja! Die Brennchen immer so. 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 Und wieder raus. Oh, ein Pferdeskript. Zwei. Oh, das gibt Pferdewurst. Rheinische Gulasch macht man übrigens auch mit Pferdefleisch. Also, das hat alles irgendwo Hand und Fuß. Schön mit Zigeuner. Komm, jetzt wieder hier links rum. Im Teutonenwald, so über dem Lagerfeuer. Jetzt knall da nochmal rein, da. Ich versuche hier nochmal den... Du hast noch 30 Sekunden, Junge. Knall die weg. Ja. Guck mal, der beleidigt dich schon. Nein. Aber auf Russisch. Easy. Kannst du also nicht lesen. GGWP. Ey, kannst du kein Russisch? Nee, Alter, lese und schreiben, Junge. Dass ich mit vier Jahren lesen und schreiben können, auf Russisch oder was? Ja, klar. Ey, Johnny, versuch mal, einen Reiter übrig zu haben. Okay, das kann ich... Warte, ich glaube, der eine Truppe hat nur noch. Guck mal, da rechts läuft ein Pferd weg. Oder? Jo, rechts Pferd. Haut rein, Jungs. Mach es. Okay. Ah, Jungs, das war... Ah, ich weiß, vielleicht hätten wir helfen für ein Backdoor geben sollen. Knappe Kiste. Also, ich fand's nicht schlecht. Ja, Johnny, gute Punkte. Ah, die Punkte bringen am Ende auch keinen Sieg.